Diese Selbsthypnose soll dir helfen, um erfolgreich abzunehmen. Benutze diese Selbsthypnose bitte nicht beim Autofahren oder wenn du dich konzentrieren musst. Falls du es noch nicht getan hast, suche dir jetzt bitte einen Platz, der gemütlich ist, wo du dich wohlfühlst und wo du dich sicher fühlst. Während dieser Selbsthypnose wird meine Stimme zu deiner Stimme. Meine Stimme ist während dieser Hypnose deine Stimme. Für den Verlauf dieser Hypnose ist meine Stimme deine Stimme. Nach dieser Hypnose ist deine Stimme wieder deine eigene Stimme. Schließe jetzt bitte deine Augen. Entspanne dich ganz bewusst und vertraue. Ab jetzt ist meine Stimme deine Stimme. Ich liege ganz entspannt. Meine Augen sind geschlossen. Meine Arme und Beine ganz locker. Ich bin völlig gelöst und entspannt. Nichts kann mich stören. Ich bin ganz ruhig und gelöst. Und lasse mich einfach treiben. Ich atme ganz ruhig und gleichmäßig. Und ich bin jetzt völlig gelöst und entspannt. Ich fühle mich ganz wohl. Ich fühle mich ganz wohl. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinen ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Nun konzentriere ich mich auf meine Beine, völlig ruhig konzentriere ich mich auf meine Beine. Und ich empfinde jetzt ganz deutlich, wie meine Beine schwerer werden. Immer schwerer werden meine Beine. Immer schwerer und schwerer werden meine Beine. Meine Beine sind jetzt ganz schwer, bleiern schwer, bleiern schwer, ganz bleischwer. Als nächstes werden auch meine Arme schwer, ganz schwer und ziehen ganz stark nach unten. Immer mehr Schwere fließt in meine Arme und lässt meine Arme immer schwerer werden, immer schwerer, immer schwerer und schwerer. Auch meine Arme sind jetzt bleischwer. Auch meine Augen sind ganz schwer und werden immer schwerer und schwerer. Die Augen sind ganz fest geschlossen. Ich kann meine Augen nun nicht mehr öffnen, aber das will ich auch gar nicht. Ich lasse mich immer tiefer und tiefer sinken in dieses wunderbare Gefühl der Müdigkeit und GGLEG', ich werde immer müder und grobe kindlastige Ich werde immer höher und schwere. Ich werde immer müder und müder ich werde immer müder, immer müder. Ich werde immer müder, immer müder.. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich spüre jetzt nur noch auf meine Stimme und spüre jetzt ganz deutlich, wie ich allmählich immer tiefer sinke. Ich fühle mich ganz wohl und lasse mich immer tiefer sinken. Immer tiefer, immer tiefer. In diesem wunderbaren Ruhezustand öffnet sich jetzt ganz weit das Tor zu meinem Unterbewusstsein. Ganz weit öffnet sich jetzt das Tor zu meinem Unterbewusstsein. Alles, was ich jetzt sage, dringt ganz leicht und tief in mein Unterbewusstsein, prägt sich dort unauslöschlich ein. Und ich werde ganz strikt danach handeln. Ich liebe und achte meinen Körper. Und ich bin dankbar für all die Gesundheit und Vitalität, die er mir tagtäglich schenkt. Und ich bin dankbar für all die Gesundheit und Vitalität, die er mir tagtäglich schenkt. Von jetzt an nehme ich an Gewicht ab, bis ich mein ideales, gesundes Körpergewicht erreicht habe. Von jetzt an nehme ich an Gewicht ab, bis ich mein ideales, gesundes Körpergewicht erreicht habe. Ich lasse mich durch nichts von meinem Vorsatz abzunehmen abbringen. Denn es macht mich froh und glücklich, dass ich etwas Positives für meine Gesundheit tue. Es macht mir Spaß, das Richtige zu essen und dabei noch abzunehmen. Es macht mir Spaß, das Richtige zu essen und dabei noch abzunehmen. Mein Unterbewusstsein weiß genau, welche Nährstoffe mein Organismus für einen gesunden, schlanken Körper braucht und sendet mir die richtigen Impulse für die für mich passende Ernährung. Gewicht abzunehmen ist für mich ganz natürlich und fällt mir vollkommen leicht. Gewicht abzunehmen ist für mich ganz natürlich und fällt mir vollkommen leicht. Ich ernähre mich gut, weise und gesund und mein Körper bekommt alles Wichtige, was er braucht. Ich verspüre nur noch die unbändige Lust auf eine gesunde Lebensweise. Es geht mir dadurch, von Tag zu Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser. Es geht mir dadurch, von Tag zu Tag, in jeder Hinsicht, immer besser und besser. Bewegung erfüllt mich mit Freude und ich spüre die Vitalität meiner Lebenskraft durch all meine Zellen pulsieren. Es tut mir gut, mich sportlich zu betätigen. Es tut mir gut, mich sportlich zu betätigen. Ich bin täglich motiviert. Ich bin diszipliniert. Ich schaffe das. Ich liebe und achte mich. Ich liebe und achte mich. Ich ernähre mich gut und gesund. Ich bin eine vitale und einzigartige Persönlichkeit und strotze vor Lebensfreude, Energie und Gesundheit. Ich liebe und gesundheit. Ich liebe und gesundheit. Ich liebe und gesundheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich spüre noch einmal diese wunderbare Ruhe in mir. In dieser wunderbaren Ruhe hat sich jedes meiner Worte unauslöschlich tief in meinem Unterbewusstsein eingeprägt. Ich werde immer danach handeln und fühle mich dabei ganz wohl. Es geht mir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Von Tag zu Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser. Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich werde ich bis drei zählen. Dann sind meine Arme und Beine wieder locker, leicht und frei beweglich. Mein ganzer Körper ist dann wieder locker, leicht und frei beweglich. Ich öffne dann die Augen und fühle mich ganz frisch, wohl und glücklich. Sobald ich meine Augen geöffnet habe, bin ich vollkommen von der Lust auf eine ungesunde Lebensweise befreit. Eins, zwei und drei. Augen auf. Arme und Beine sowie der ganze Körper sind jetzt locker und frei beweglich. Ich bin voller Kraft und Energie und ich fühle mich ganz wohl. Ich fühle mich ganz frisch und wohl. Ab jetzt ist deine Stimme wieder deine eigene Stimme. Dad. Ud дом. Sch много, Jaguar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020